Die EU muss bei der Welthandelsorganisation WTO endlich zustimmen, die Patente und Lizenzen für die Corona-Impfstoffe freizugeben. Denn unser aller Gesundheit und unsere Freiheit sind wichtiger als Profite der Pharmakonzerne. Es geht um unsere Gesundheit und unsere Zukunft. Über 100 Länder fordern, die Patente und Lizenzen freizugeben. Sogar die USA sind an ihrer Seite. Die EU und Deutschland müssen aufhören, freie Patente zu blockieren. In unser aller Interesse. Gemeinsam gegen Corona.